Oh oh, was ist er für einer? Oh Gott, was will er? Och mann Bin ich gemütet? Ja. Der Ratzer Das heißt, ich darf nicht mein... Ich darf nicht mein Teammate... ...gerasen, weil... ...mein Teammate ist... Oh mein Gott, ist das OP! Dadu ist schon weg? Ja. Ja, Dadu ist schon weg, glaube ich auch. Ja, was ist das etwas? Weitere, was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte einfach keinen Töt. einfach kein kill ab und ab und zu finde ich ist eine sabotage ganz gut alle wird geschossen auch scheiße jetzt liegt franzi vorne im reaktor ja das ist ja julie fünf subs also also ich bin da ich bin oben lange gegangen entgegen kam mit julie den komischen zeit auf mich gemacht hat und minu stand auch noch in der nähe also die beiden kommen theoretischen frage und sie liegt oben im reaktor stich nur sie wieder ein bisschen blind stich nur stich nur hallo ich habe keinen kül gemacht ihr mitbekommen dass da nun task gepägt hat am anfang der war sehr schnell weg ja hallo war das der ist super schnell von simon selbst weg gerannt weil ich eine erleuchtung hatte eine gute erkenntnis was habe ich mich schnell weg bewegen zeit verschwenden wäre ich blöd habe ich mir gedacht ich glaube ich muss mich beeilt also du sagst dass julie das war mit dem kill hongkorn hat bestimmt nicht hoch kommt in frage hat er gesagt haben frage oder ich habe zeitlich julie der war von oben nach unten die anderen beiden bösen julie sind die anderen beiden bösen drei worts finde ich gut die mathematik nicht die hatte ich welt verughters dass sie wieder nach oben und nicht jetzt war das. ich glaube hier euro zu denen er gelehnt die anderen zimmern dass ich gorgen alle 不會 Das hat aber ne Menge cool, dann muss ich wieder sabotieren. Oh, Sabotage! Geht er weg, Andi! Und schwupp! Oh oh, was ist er für einer? Oh Gott, was will er? Muss wieder sabotieren, schön zu müssen gleich. Warum kommt er zu zweit? Eingesperrt, eingesperrt, nein! Hallo! Nicht morden! Nicht morden! Nicht morden! Bitte auch nicht die Falschen! Wer sind die Richtigen zu morden? Nicht die Falschen umbringen, wer ist denn das hier? So komme ich nicht weit! Die nächsten fünf... Ne, 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 Maxi war davor, oder? Du Asen ist da, Luke. Ja, ja. Ja. Ja, Nachwitz. Ne, da ist irgendwas komisches. Ich bin was... Ich bin was lustiges. Nervensäge bist du. Der rennt einem die ganze Zeit hinterher. Wo liegt denn die Leiche? Der ist nichts sinnvolles, also er macht keinen Tag. So viel kann man sagen. Weapons liegt die Leiche. Oder Items? Was? Weapons liegt die Leiche. Ja, ja. Weapons liegt die Leiche. Ja, also ich hab Baloui grad killen sehen. Du meinst, auf der ausgeschalteten Kamera hast du das gemacht. Nein, Baloui bestimmt nicht. Wie wär's denn mit Items? Mino? Was? Oder Kundran? Oder Klechni? Einer von denen hat gekillt. Weil Datino nicht hast du. Lass uns einfach mal Kundran nähen, Dalu. Nein, der Kundran... Ne, den armen Kundran. Ich glaub, Juli muss... Ich muss auf seinem Sales machen. Mich kann er eher antunnen. Also mir ist gerade von der Position Gibi entgegengekommen. Oder über Gibi. Ich wurde jetzt da, du mir doch egal. Nein! Du machst bloß hin. Das weiß ich aber nicht. Baloui, ich mach wirklich Blödsinn. Du bist mir doch in Weapons entgegengekommen. Du warst immer Blödsinn. Und da liegt ein toter Nephi. Ich krieg Dalu nicht eingeschmiert, lass mal Dalu warten. Lass mal die Klappe kriegen. Lass mal nicht gehen. Lass mal nicht gehen. Worte mal Dalu, der hat lange genug Blödsinn gemacht. Der muss doch mal lernen, wo hier die Regeln sind. Eine Minute noch. 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 Skip it to win it. Nein. Skip. Nein. Skip to win. Tschüss. Okay, pass auf mein Kollege. Baloui, Gipi und sind auf jeden Fall Crewmate. Und der andere ist Spy. Nimm das mit! Komm schon, Juli! Voten drei Leute raus! Peck, peck, peck! Pff! Pff! Einen killen drei Voten! Komm schon! Pff! 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 An! Ich habe Maxi vergessen! вы hätten vier Leute свободen können! Ach wäre das geil gewesen! Ich hätte noch einmal schmieren müssen! Schwein hab' mich raus gevoten! Ich hab doch wirklich nichts gemacht! Ich war ein guter! Reaktor Gaming Dingelingeling Und jetzt Kill ein Aber nicht Gippie Und nicht Maxi Und dann Kill nochmal zwei ab Ähnlich Maxi Das Crewmate Die sind beide Crewmate Ich sperre ein Zack, 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 zack Alles dicht, macht die Platz Peng, peng, peng Oh, Alarm Wo sind denn alle? Ich sperre wieder wen ein Ich sperre wieder wen ein Warum? Weil Louis muss essen Weil er sonst Angst hat, dass die Runde vorbei ist Und ich würde Julie gerne rausschmeißen Haben wir noch einen guten Gesser? Haben wir keinen guten Gesser? Also, Dalo hatte eben gecolt, wer alles, wenn er alles erased hat Dalo war eraser und er hat für sein Maid alle erasers gecolt Seitdem die Einzigen, die nicht gevotet hatten, waren Items und Julie Items ist tot, das heißt Julie muss eigentlich der Killer sein Ja, noch ein Julie! Noch ein, noch ein! Was, wen voten wir? Du kannst jetzt noch wen abschießen Du weißt ja noch, wo die anderen übernehmen Du kannst mich jetzt noch töten als Crewmate Dann gibt's noch ein paar andere Du musst mich jetzt noch töten, Julie Okay, wen noch? Schade Das war so doof, dass die Julie noch in die Arme gelaufen hat Ich war fertig dadurch, dass Ghibi gestorben war ich wollte hätte meine Kollegen hätte Julie keine gekillt hätte ich einfach alle erased das wäre so hart geworden aber hättest du am Ende auch den Spy dann erwischt ne den hätte ich nicht gemacht aber der letzte hätte es ja gewusst wenn ich sag ich hab alle erased dann brauch ich den Spy nicht erasen dann ist der ja klar lustig wäre aber dann auch gewesen wenn auch wenn Julie hier reingelaufen wäre ne ne ich hab auch aufgepasst also ich hab nie erased wenn einer von meinen Leuten deswegen so ich steh so an Simon Sess und denk mir Moment ich geh einfach alle erasen und kill gar keinen war schon gut die Idee war gut ich hab auch schon gesagt es ich hab auch schon gesagt es